Welchen grünen Streifen? Na der grüne Streifen hier Achso Also MS, was ich bevorzugen würde Wär ja echt, wenn du mal nicht so viel Lavendel abhackst Wieso? Weil ich das alles einsammle Boah, ich auch Ja, ich hab's wieder eingesammelt So Gut, Magnetnobus aus und weg hier Okay Nee, das ist Nee, nee Wir müssen übrigens auch übers Wasser Schwimmen Gehen Nee Alter, das ist so sumpfig hier Das ist Ist übrigens fast da Ey, du bist fast da Was? Hier sind schon die ganzen Pilze Jaaa, Pilzland Pass bitte auf, dass du nicht auf die Pilze drauf trittst Okay Gib Fußpilz Tatsache, das ist much Oh, how much much Do we have Wo geht's denn Tovu Sweet Story läuft da im Übrigen im Hintergrund Falls sich jemand fragt, was das für Musik ist Wir müssen... Oase ist grün, okay Wo müssen wir hin? Wenn... Wenn du nicht Pilzwandel anbildst Dann... Mützel war das Material Mützel? Ja Ach, hier das? Ja Bist du sicher? Du hast das angesagt, dass das das war Echt? Es war deine Idee Und ich möchte tatsächlich wirklich gescheite Wege haben Du kannst Mützel nicht normal abbauen Du musst mit Silk Touch arbeiten Wenn du keinen Silk Touch hast, hast du verloren Ich weiß Silk Touch geht leider nicht auf die Dingens Auf die Schaufel Doch Auf meiner geht's nicht Ich... Ich hab's gerade abgebaut mit meiner Schaufel Mützel Hier Hier Ich hab's Ja, ist ja schön Schau auf der Mini-Map Du siehst mich Ich geh mal hier auf dem Pilz schlafen Dann frage ich mich, warum das bei mir nicht geht Ich hab auf meiner Schaufel Halbbarkeit, Effizienz, Begutsamkeit Okay Ich bin nochmal zurück im Lager Bleib bitte dort Wo auch immer du gerade bist Auf einem Pilz Auf einem Pilz In einem Wald Dann werde ich mir nochmal eine zweite Schaufel bauen Äh, die Diamanten Hatten wir die jetzt oben Oder hast du die unten gelagert? Die hast du unten gelagert, ne? Die sind unten, ja Bei den Elfen Korrekt Korrekt So, dann werden wir Ins Strandhaus worpen Und mal gucken, was der Ramso sagt Obwohl, das ist ja lustig Er geht wieder runter gerade Tatsache Behutsamkeit geht hier Der Effizienz ist vielleicht Quatsch Aber die Haltbarkeit packen wir auf jeden Fall noch drauf Effizienz nehmen wir mal eins, das reicht Kann man das? Ach, ich hab auf meiner, hatte ich Glück drauf Ich bin ja auch der schlauesten einer Äh, kann man das? Kann man das eigentlich auch züchten? So wie Gras? Ich kann's dir nicht sagen Weil das ist ja eigentlich Nur Gras Hihihihihi Aber du kannst das auf jeden Fall so Ich glaube schon, dass das nochmal connectet Aber du kannst das nicht, ich nicht, äh Mit nem normalen Schaufen abbauen Mal gucken, ob wir hier noch mehr Mycel finden Weil das wäre natürlich blöd, wenn wir hier ein ganzes Biom leer roden, weißt du? Ist so laut, was? Nö, ich hab nix gesagt Das bringt nix, du hörst ja sowieso nicht zu Was? Das ist ein bisschen wenig Material hier, Leute Das ist ein bisschen sehr wenig Material Für nen Weg? Ich glaub Mycel fällt eher aus für nen Weg Also ich hab jetzt knapp drei Stacks Und ich seh hier gar nichts an Material Da unten Ich denke aber, man kann es züchten Ja, das guck ich mir jetzt gleich an Ob das irgendwie nach, äh, connectet oder so Muss ja Theoretisch So, dann lass ich mal Eine lass ich offen Ich lass mal einen stehen Hehehe, hat stehen gesagt, hehehe Äh, sollte der MS-74 in dieser Aufnahme etwas leiser sein, dann tut mir das leid Oder auch nicht Ich konnte ihn nicht aussteuern Er ist ja nachgejoint Kann auch einfach lauter reden Wegen schlafen und so Ich hab nicht geschlafen Wie, du hast nicht geschlafen? Wieso hast du denn nicht geschlafen? Du brauchst doch deinen Schlafen Ich hab nicht geschlafen Behaupte doch nicht Dinge, die gar nicht wahr sind Ah, das weiß man bei dem hieso genau Ja, ich sag's dir aber Na gut, dann muss ich dir das leider unbesehen glauben Irgendwann häng ich ihm ne GoPro ins Zimmer Was ist, bringt dir das? Dann seh ich, weil du schläfst Mhm Dann komm ich als Gespenst und erschreck dich Also unmaskiert Nee, also so wie jeden Morgen Nee, da hab ich ja schon ne Maske auf Ach so Unmaskiert kannst du mich nicht ertragen, mein Freund Ach so Du hast keine Chance Wenn du das siehst Also Hast du dich jemals in deinem Leben übergeben? Ähm, ja Hast du dich auch schonmal stark übergeben? Ja Was war das stärkste? Oh Als ich dich das erste Mal gesehen hab Nee, jetzt mal so ernsthaft Sag mal mal vor meiner Zeit Was war da das stärkste? Weiß ich doch jetzt nicht Ging's dir da richtig schlecht bei? Ja Gut Vergiss das alles Es wird viel schlimmer Wo ist, wo machen wir das jetzt mal hin? Naja, ja Keine Ahnung Hier, 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 hier machen wir's mal Was ist denn hier? So Wir setzen jetzt mal hier so ein Ding Und Und das weg Hier unten ist etwas nachgespawnt Ich bin ja mal gespannt, ob sich das vergrößert Ich bin auch gerade dabei zu testen Ich will so ne Kuh Du bist so ne Kuh Nein, dafür fehlen mir die Euter-Emmes Hast du ne Ahnung? Na so dick sind die Geräte ja nur auch wieder nicht Die an mir dranhängen Nur weil ich hier rumgame oder was? Ja Ich bin aber kein RTL-Gamer, merk dir das? Ich bin nicht fett hässlich und rumgefliegt Achso? Ich bin nur hässlich, merk dir das? Ähm Können wir hier zwei Fackeln hin? Das ist auch wieder Pinde Da fackelst du auch nicht lange, hm? Richtig Da ist noch mehr In dem Zeug Da ist ein mehr Hahaha Das war auch cool Mich würde ja interessieren Was? Ob das so funzt, wie ich mir das vorstelle Aber ich glaube nicht, dass das Mittel dafür geeignet ist Das können wir wahrscheinlich so als lila Weg für das Diktatorhaus Äh, für das Bürgermeisterhaus nehmen So Warum sammle ich's da noch? Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht so sicher Weil ich mir einfach nicht weiß, ob der Spaß hier nachwächst oder nicht Ja tut er Ja tut er Wollt Weil wir brauchen davon Richtig, richtig viel Zeug Gut, dann können wir hier jetzt wieder nach Hause gehen Hast du's eilig? Nö, aber dann können wir das Zeug schon mal züchten Naja, flugs, ab dafür Es sei denn, du willst noch mehr suchen Och, mach mal Wie du denkst Boah Lager Wie auch immer, die Wege Die Wege müssen unbedingt müssen die nahe Mal gemacht werden Das, das sieht nicht gut aus Das kannst du auch auf Dauer so nicht lassen Ja, das stimmt Wir haben zwar Unmengen an Commitstone Es ist ja auch gut, wenn man die verbaut, aber nicht beim Wegebau Ähm, ich hab ne Idee Da muss ich mich dir klar in den Weg stellen Ich hab ne Idee Oh Gott, nein, bitte nicht Doch Das ist ja fast so schlimm, als hättest du den Plan Ja, ich hab einen Plan Nee, bitte nicht Äh, ich muss aber erst hoch Zip, 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 zip Dann Das weg, das weg, das weg, das Teile uns doch mal deine Art des Wissens mit Nö Nee, ich werd jetzt einfach ein bisschen Erde nehmen Und werde das vervielfältigen Vervielfältigen? Ja Mhm Mhm Ich werde Wo die Zwischendecke ist Über den Tanks Der Platz wird ja eh nicht genutzt Und da tue ich jetzt einfach alles mit Erde auskleiden Mhm, pass aber auf, dass die Räume weiter beleuchtet sind Weil wir haben den so stark ausgeleuchtet, damit da nichts spawnt Ja, wir haben oben drin auch noch Lichter Also das sollte reichen Okay Ich muss mir, ich muss mir bei Tageslichten, wenn wir dann zuhause sind, muss ich mir das mal angucken, wie die Wege damit aussehen Ich meine, ich hatte ja in den letzten Folgen gesagt, wir haben ja einen gescheiten Designer, hat er gesagt Und dann wird's Zeit, dass wir den jetzt auch mal richtig zum Einsatz bringen Ja Den lernst du auch noch kennen, Ames Entschuldigung Der war richtig fies Der war richtig gemein, Entschuldigung Ich hasse dich Ja, ich weiß Ich erinnere mich an den Spruch Wann war das? War das heute? War das gestern? Der war gestern der Spruch, oder? Als man, als man, äh, sagte, was wäre, wenn du und ich gleichzeitig Vater eines Kindes wären, was käme da raus? Und ich hab dann gesagt, ich weiß nicht War das heute, wo ich dann sagte, ein fauler Klugscheißer? Ja Ich bin der Klugscheißer übrigens Nee, bist du definitiv nicht, du Faulwehr Naja, Faulwehr, das kann ich so auch nicht stehen lassen, denn kilometermäßig bin ich auf jeden Fall härter unterwegs als du an der Arbeit, mein Freund In den letzten zwei Tagen Bitte? In den letzten zwei Tagen Ja, das ist auch sonst so der Fall Nee, muss ich dir leider widersprechen Nee, doch Nee, nee Da können wir uns jetzt im Let's Play gerne drum streiten, aber ich kann dir das hier nachweislich bringen Ja, wir dissen uns jetzt hier Wir dissen uns jetzt, weil ich mehr laufe als du Ja, genau Wir müssen drüber reden, sagte er und disste mich dabei Ja, so Los, dis mich Nein Du, du Läufer, du Hier, du Chefsekretärin von Bürgermeister Adi Du Laufbursche Chefsekretärin von Bürgermeister Adi Das ist nicht schlimm, das macht mich nicht wirklich böse Immerhin hat er gescheiten Kaffee Was hat er? Gescheiten Kaffee Diktatoren Kaffee, weißt du? Aus Kuba Meinst du, der ist besser? Weiß ich nicht Glaube ich nicht Na, allemal besser als deine Plörer, so Gut Ich muss dir morgen nichts von meiner Plörer mehr abgeben Musst du grundsätzlich nicht, weil ich mir meine Plörer auch kaufen kann Ja, mach doch Kauf dir deine scheiß Plörer Alles klar So Hast du nun davon? Ja, jetzt bin ich auch total down und völlig niedergeschlagen Das glaube ich dir Ich weine mich nachher wieder in Schlaf So wie du nach jeder Aufnahme Das will ich hoffen, dass du das tust Ja Mach ich auch Ja Ja Mach ein Selfie und schick's mir Ja, mach ich Wenn ich mich ausgeheult habe Okay Kannst du auch vorher tun Ich lass einfach eine Kamera mitlaufen und schick dir eine Zeitrafferaufnahme Okay, mach das Ah, wenn's ein Oskar gibt fürs Scheißeladen Ach, wieso sieht das hier überhaupt schon wieder so scheiße aus? Was hast du denn schon wieder gemacht, Emmes? Wo bist du? Äh, im Pilzkubio Da bin ich gar nicht mehr Ja, eben Das beantwortet meine Frage Ah, okay Emmes, 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 Emmes Was denn? Das geht so nicht Hier, wenn du jetzt... So Ja, ich war grad noch mal abbauen Ähm, aufbauen Du willst diese... Du willst diese... Diesen... Diesen... Dieses... Hützel... Als... Weg haben, ja? Ne, wolltest du Dein Vorschlag war cool Ist bestimmt für den Wegebau gut Ich kann dir gerne noch mal irgendwann den Link zur Folge schicken Ja, mach mal Bitte Jetzt grad nicht Bis zum nächsten Mal